Morgen. Guten Abend. Mann, ey. Was denn? Au. Vielleicht willst du es doch mal wieder abschminken. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Vor allem. Ich will ja gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurz. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Melly dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motor und Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gefügelt, der nach dem dritten Wort gar eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Melly halt eine Nutte, aber im Gegensatz zu dir eine mit Stil. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Ja. 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 Ja.